Hallo und Willkommen. In diesem Video zeige ich euch wie ihr bei Mozilla Firefox 5.0 die Startseite ändern könnt. Also meine derzeitige Startseite ist Google.at. Und das kann man ändern indem man hier links oben auf den orangenen Balken klickt und dann unter Einstellen. Hier gleich am Anfang unter Allgemein steht hier Startseite und da kann man eingeben was man will. Also zum Beispiel www.youtube.com Dann einfach hier auf OK klicken. Wenn ich den jetzt schließe und nochmal öffne, kommt die YouTuber Startseite. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.